selbes liebe ball of warcraft freunde in diesem video möchte ich euch erklären wie ihr mit hilfe von konzentration in den neuen berufen mitunter etwas gold sparen könnt wie das ganze funktioniert erkläre ich euch in aller kürze in diesem video ich bedanke mich an dieser stelle schon mal fürs zusehen wenn ihr mich weiter supporten wollt dank für die 27k abos legen wir los aber dann auch gerne in zukunft weiter abonnieren und wir starten mal rein grundsätzlich ist es aktuell würde ich sagen sehr sehr sinnvoll sich seine eigenen sachen zu craften entweder selbst oder den crafter zu kennen und ihn zu fragen ob er noch konzentration hat einfach eine work order reinstellen mit allen mats auf rang drei kann mitunter ziemlich teuer werden der grund wieso weshalb warum ich das meine ist ich habe gerade nicht mal alle mats auf tasche und könnte trotzdem weil ich es geskillt habe kapuzen und tuniken schon jetzt auf rang vier herstellen und mit genügend konzentration kann ich das ding einfach auf rang fünf ballern wenn ich jetzt schaue was kostet zum beispiel das leder sehe ich okay das epische leder also das goldene stufe drei ist gutes stück teuer 15 gold pro stück teurer da wären wir hier bei 150 teilen bei 5700 gold bei rang zwei bei 2900 also ich würde mehrere tausend gold sparen nur damit dass ich an diesem posten etwas gold einsparen kann und das ist halt der punkt weswegen ich sagen würde weiß nicht entweder kraft jetzt euch selber dann bist du selber ok guck mal ich habe genug konzentration ich kann selbst die rang zwei mats nehmen oder sprecht mit eurem crafter der euch dann vielleicht sogar auch sagen kann jo easy ich habe konzentration kann dir da ein bisschen wat an kohle sparen bei anderen berufen ist es glaube ich sogar noch krasser wie das aussieht wo ich zuletzt gesehen hatte war wo haben wir es denn bin ich gerade blind inschriften kunde da gehen wir jetzt mal hier drauf und gehen auf diese stäbe wir haben hier zum beispiel dieses zappelnde probe unbändige schiffre und die dinger sind teilweise arschteuer das war das item was ich gesehen hatte zehn stück kosten mich 26.000 gold wenn ich jetzt aber jemanden habe der sagt wo die ich habe genug konzentration ich kann dir das auch mit rang zwei mats machen würde ich allein an diesen items 21.000 gold sparen das grünholz noch hinzugepackt genau dieselbe kacke das kostet mich hier 38k gold wahnsinn wenn ich das mit rein nehme sind wir bei 4k also ich würde wenn jemand konzentration hat und ich diesen stab einfach nur haben will würde ich wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe glaube ich um die 50.000 gold sparen wenn er stäbe geskillt hat und konzentration übrig hat 50.000 gold aktuell nur dadurch dass ich günstigere materialien nehmen kann aufgrund der konzentration also das kann man dann auch für andere berufe anwenden ihr seht bei manchen sind die unterschiede größer als bei anderen aber ich kann euch empfehlen guckt euch guckt euch das ganze einfach mal an schaut wie sieht es da aus kann ich da was sparen und nutzt es weil es handelt sich dabei wirklich nicht nur um peanuts beträge damit danke vielmals an euch fürs zusehen ich hoffe ich konnte euch mit diesem video ein bisschen helfen wenn dem so ist gerne ein abo dalassen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten mal